Sie hören den Artikel Ampel aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 21. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Ampel, in Klammern von lateinisch ampulla für Ölflasche, spätere übertragende Bedeutung Leuchte, ist der umgangssprachliche Begriff für einen Signalgeber einer Lichtzeichenanlage bzw. Lichtsignalanlage in Deutschland bzw. für eine Verkehrslichtsignalanlage in Österreich. Der Begriff steht aber auch für die Ampelanlage als Ganzes. Sie dient der Steuerung des Straßenverkehrs. Ampeln ordnen für Verkehrsteilnehmer ein bestimmtes Verhalten an, in dem gesteuerte Lichtsignale abgegeben werden. Diese nach Form und Farbe verschiedenartigen Verkehrszeichen haben jeweils eine andere Bedeutung und strahlen nur entgegen der Fahrtrichtung des zu regelnden Verkehrs ab. Bezeichnung Rechtliche Bezeichnung In den verkehrsrechtlichen Verordnungen in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die Verkehrsampel unterschiedlich bezeichnet. So wird sie als Verkehrseinrichtung in Deutschland nach § 43 der Straßenverkehrsordnung als Lichtzeichenanlage LZA bezeichnet. In der österreichischen Straßenverkehrsordnung § 39 und in der Signalisationsverordnung zum Schweizer Straßenverkehrsgesetz wird die Bezeichnung Lichtsignalanlage LSA verwendet. Der in der deutschen Straßenverkehrsordnung verwendete Begriff Lichtzeichenanlage hat in Österreich eine rechtlich andere Bedeutung, da er nach dem österreichischen Eisenbahngesetz nur Anlagen an Eisenbahnkreuzungen bezeichnet. Technische Bezeichnung In technischen Regelwerken in Deutschland, in Klammern Richtlinien für Lichtsignalanlagen, RILSA, der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen und in der Schweiz, in Klammern Schweizer Normen, SN, des Schweizerischen Verbands der Straßen- und Verkehrsfachleute ist der Begriff Lichtsignalanlage gebräuchlich. In Österreich, in Klammern Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, RVS 05.04.3, der Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr wird die exaktere Bezeichnung Verkehrslichtsignalanlage, in Klammern VLSA, verwendet, jedoch ist die Bezeichnung LSA in Österreich und nach Fachleuten ebenso wie in Deutschland und in der Schweiz üblich. Umgangssprachliche Bezeichnung Die in der Alltagssprache für eine Lichtsignalanlage verwendeten Begriffe Ampelanlage oder kürzer Ampel gehen auf die ähnlichen Hängeleuchten, die man früher ebenfalls als Ampeln bezeichnete, zurück. Die ersten Signalgeber waren an Drahtseilen hängend über der Kreuzung befestigt, in Klammern Heuerampel, und erinnerten so an Hängeleuchten oder Blumenampeln. Im Laufe der Zeit trat die Wortbedeutung als Verkehrsampel immer mehr in den Vordergrund. Aber auch die umgangssprachlich verwendete Bezeichnung Verkehrsampel dient heute als Quelle von weiteren Wortschöpfungen in der deutschen Sprache. So gibt es aufgrund der drei Farben die Begriffe Ampelkoalition oder die Ampel als Lebensmittelkennzeichnung. Wegen der vielfältigen Bezeichnungen wird im Artikel meist als umgangssprachliche Synonym Ampel verwendet. Verwendung Der Einsatz von Ampelanlagen hat unterschiedliche Gründe, zum Beispiel um den Verkehrsfluss zu verbessern und gefährliche oder gefahrenträchtige Verkehrssituationen zu entschärfen, in Klammern Verkehrssicherheit. Im Straßenverkehr sind dies beispielsweise Kreuzungen und Einmündungen, sowie Engstellen, zum Beispiel bei Baustellen oder Brücken. Kreuzungen und Einmündungen Ampeln werden aus folgenden Gründen an Kreuzungen oder Einmündungen in Klammern Knotenpunkten eingesetzt. Die Anlage kann der Optimierung des Verkehrsflusses dienen. Bei hohen Verkehrssichten, zum Beispiel bei mehreren Fahrbahnen pro Richtung, erlauben Ampelanlagen die beste Kontrolle des Verkehrsdurchsatzes. Sie können zur Entschärfung von Gefahren an komplizierten oder unübersichtlichen Kreuzungen beitragen. Bei Knotenpunkten mit mehr als vier Richtungen kann die Regelung mit Verkehrsschildern unklar oder unübersichtlich sein und zu Unfällen führen. Eine Lichtzeichenanlage vereinfacht solche Situationen durch klare Anweisungen, eventuell ergänzt durch zusätzliche Warnlichter, beispielsweise wenn dem Gegenverkehr Vorfahrt gewährt werden muss. An Kreuzungen mit entsprechenden Verkehrsaufkommen, an denen aus Platzgründen kein Kreisverkehr eingerichtet werden kann, können sie eingesetzt werden. Fußgängerverkehr Um Fußgängern ein sicheres Überqueren von verkehrsreichen Straßen zu ermöglichen, werden Fußgängersignalanlagen, in Klammern auch Fußgängerschutzanlagen genannt, eingesetzt. Diese Anlagen werden in der Regel mit einer Anforderung für die Fußgänger betrieben. Dabei sind Varianten möglich, bei denen die Signalgeber für den Fahrzeugverkehr in der Grundstellung auf dunkel geschaltet sind. Nach Anforderung durch den Fußgänger schalten die Fahrzeugsignale von dunkel über gelb auf rot. Engstellenregelung Lichtsignalanlagen werden auch zur Regelung von Engstellen benutzt, zum Beispiel bei Baustellen. Dabei werden meist temporäre, mobile Anlagen in Klammern Baustellenampeln aufgestellt. Diese Anlagen besitzen in der Regel nur zwei Signalgeber. Sie regeln einen einspurigen Straßenabschnitt, der jeweils nur in einer Richtung, in Klammern Einbahnwechselverkehr, durchfahren werden kann. Wichtig ist die korrekte Einstellung der Räumzeiten, die je nach Länge der Engstelle variiert. Da diese Anlagen meistens mobil eingesetzt werden, sind sie mit Akkus oder einem Photovoltaikpanel als Stromversorgung und mit einer Funkverbindung ausgestattet. Abschnittssperrung Lichtzeichen können für eine Komplettsperrung eines Straßenabschnitts eingesetzt werden, zum Beispiel zur Sperrung der Tunneleinfahrt eines Tunnels im Falle eines Verkehrsunfalls oder Brandes. Die zugehörigen Signale sind im Normalfall dunkel und wechseln im Sperrfall über gelb auf rot. Private Anlagen Ampeln können auch auf Privatgrund verwendet werden, um Zufahrten zu regeln. In Klammern zum Beispiel Tiefgaragenzufahrten mit nur einer Fahrbahn oder bei Waschstraßen. Da hier meist nur Schrittgeschwindigkeit gefahren wird, beschränkt man sich häufig auf die Farben rot und grün. Standard Ampelanlage Eine normale europäische Lichtzeichenanlage steuert den Verkehr mithilfe der drei Signalfarben grün, gelb und rot. Zur Regelung des Verkehrs werden diese Farben einzeln oder in Kombination angezeigt. Die Reihenfolge, in Klammern auch Signalfolge oder Farbbildfolge genannt, solch einer Lichtzeichenanlage ist dabei immer Grün, der Verkehr ist freigegeben, Gelb, auf nächstes Signal warten, Rot, keine Einfahrerlaubnis. Rot ist einheitlich auf der ganzen Welt immer oben angeordnet. Dies ermöglicht Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche oder Farbenblindheit die Orientierung. Bei querliegenden Ampeln befindet sich das Rotlicht in Ländern mit Rechtsverkehr auf der linken Seite, in Ländern mit Linksverkehr auf der rechten Seite, folglich immer in der Fahrbahnmitte. In der Schweiz waren früher bei liegenden Ampeln das Grünlicht quadratisch, das Gelblicht dreieckig. Die optische Erscheinung besteht in der Regel aus einem schwarzen Hintergrund mit runden oder quadratischen Lichtsignalen. Zur Abschirmung gegen Sonnenlichteinfall und Verhinderung von Phantomlicht werden Abschirmblenden, auch Schuten genannt, montiert. Falls notwendig, werden zur besseren Wahrnehmung der Signalgeber an diesen zusätzliche schwarz-weiße Kontrastblenden angebracht. Varianten der Standard-Ampelanlage in verschiedenen Ländern In einzelnen Ländern sind noch zusätzliche Farbkombinationen zugleich oder hintereinander möglich. Rot-Gelb zwischen Rot und Grün. Achtung, gleich wird die Erlaubnis zur Fahrt gegeben. In Klammern zum Beispiel in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Ungarn, Schweiz, Polen, Litauen, Norwegen, Russland, Schweden und Saudi-Arabien. Diese Phase dauert entweder ein oder zwei Sekunden. Grün-Gelb zwischen Grün und Rot. Achtung, es wird gleich Rot. In Klammern beispielsweise in Italien und Schweden. Zwischen Grün und Gelb. Achtung, es wird gleich Gelb. Beispielsweise in der ehemaligen DDR. Nicht RILSA-konform, daher ab der Wiedervereinigung nach und nach abgeschafft. Rotes Blinklicht. Stopp. Anhalten, dann langsam weiterfahren, wenn Kreuzung frei. In Klammern Vereinigte Staaten, Südafrika, Taiwan. Grünes Blinklicht. Am Ende der Grünphase, Achtung, es wird gleich Gelb gezeigt. In Österreich, Lettland, Litauen, Slowenien, Russland, der Türkei, Mexiko, Israel und Polen. Am Anfang oder am Ende der Grünphase geschütztes Linksabbiegen möglich. In Quebec und den meisten kanadischen Provinzen. Statt der Grünphase bezeichnet eine Ampel, die nur auf Rot geschaltet wird, wenn Fußgänger den Knopf drücken. In Klammern in British Columbia, Kanada. Bei der Fußgängerampel, Achtung, es wird gleich rot gezeigt. In Österreich, Polen, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Japan, Singapur, Ungarn und Rumänien, Schweiz, in Klammern in gewissen Kantonen, zum Beispiel Basel, Stadt, Spanien, teilweise auch in Deutschland an Radwegampeln zu finden. Gelbes Blinklicht, Ampelanlage außer Betrieb, auf den Seiten der Kreuzung, die Vorfahrt gewähren müssen, in Deutschland. Ampelanlage außer Betrieb, auf allen Seiten der Kreuzung, auch jene, die Vorrang haben, in Österreich, Schweiz, Litauen, Polen und teilweise Deutschland. Nach Ende der Rotphase, Stadtrot-Gelb, weiterfahren erst, wenn keine Fußgänger mehr auf der Fahrbahn sind. In Klammern bei Pelikan-Fußgängerampeln in Großbritannien, Zypern. Kreuzung kann vorsichtig passiert werden. Vereinigte Staaten, in Klammern Vorfahrtsrecht gegenüber den Richtungen mit rotem Blinklicht. Gelbes Blinklicht, Stadtgrün, in Klammern im untersten der drei Signalfelder, nach Rotphase. Abbiegen unter Beachtung der Vorfahrt möglich. Vorfahrtberechtigter Konfliktverkehr möglich. In Klammern zum Beispiel in Frankreich, Irland, Schweiz. Grün folgt statt auf Rot-Gelb, direkt auf Rot, in Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Rumänien, Australien, Neuseeland, Taiwan, Brasilien und den Vereinigten Staaten. Rot-Grün oder Grün-Rot wechsle ohne Gelbphase. In den Industriezentren in China wechseln Ampeln nur von Rot nach Grün und umgekehrt. Gelbe Signalfelder gibt es nicht. Stattdessen besitzen alle Anlagen einen Zähler, der in der jeweiligen Farbe Grün oder Rot auf Null herabgezählt wird. Bei Erreichen der Null springt die Ampel auf die andere Farbe um und beginnt erneut mit dem Countdown. Jeder Fußgänger und Fahrzeugführer kann somit zu jeder Zeit beobachten, wie lange die aktuelle Phase noch gültig sein wird. Abrobte Bremsmanöver werden so vermieden und der Wartende wird nicht durch Ungewissheit gestresst. Solche Ampeln befinden sich auch vereinzelt in Deutschland, zum Beispiel in Hamburg, in Klammern in den Straßen um die Binnenalster. In Südkorea werden alternativ Leuchtbalken verkürzt. Aber auch die Bedeutung der einzelnen Farben ist nicht in allen Ländern gleich. So ist beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und auch in China bei Rotlicht zwar ein Überqueren der Kreuzung verboten, ein Rechtsabbiegen jedoch in den meisten Staaten und Provinzen erlaubt. In Deutschland gibt es mit dem Grünpfeil-Zusatzschild neben der Ampel eine ähnliche Regelung. In den USA darf in vielen Bundesstaaten auch bei Rot nach links abgebogen werden, wenn dies kein Zusatzschild verbietet. Voraussetzung ist jedoch, dass sowohl die Straße, aus der man ausfährt, als auch die, in die man einmündet, eine Einbahnstraße ist. Fußgängerampeln Fußgängerampeln zeigen in Europa in der Regel das Symbol eines Stehenden, in Klammern bei Rot, oder Gehenden, in Klammern bei Grün, Fußgängers, in Klammern Ampelmännchen. Gelbphasen, die auf die Grünphase folgen, sind bei Fußgängerampeln im deutschsprachigen Teil der Schweiz der Regelfalt, sonst äußerst selten, können aber zum Beispiel in Düsseldorf vorkommen. Stattdessen wird in einigen Ländern vor der Rotphase eine blinkende grüne Ampelfase angezeigt. In Australien wird vor der Rotphase eine blinkende rote Ampelfase gezeigt und der Signalton für Blinde endet. Beide Phasen ordnen an, dass Fußgänger, die sich noch auf der Fahrbahn befinden, das Überqueren der Straße zügig beenden und dass die Fußgänger auf dem Gehsteig warten sollen. In einigen Städten in Deutschland gibt es dreifältige Fußgängersignale. Hier ist die Signalkammer für Rot doppelt vorhanden. Dadurch können auch Menschen mit Rot-Grün-Blindheit auf einen Blick erkennen, ob die Ampel Rot oder Grün zeigt. Außerdem wird vermieden, dass bei Ausfall eines Rotlichts die Anlage aus Sicherheitsgründen abgeschaltet würde. In Taiwan gibt es Fußgängerampeln mit einer Animation des grünen Ampelmännchens. Gegen Ende der Grünphase wechselt das Männchen von seiner zuvor gemächlichen Gangart in einen eiligeren Laufschritt. Zusätzlich wird noch die bis zum Beginn der Rotphase verbleibende Zeit angezeigt. Auch in Tinja, in Klammern Marokko, in der Türkei und in Portugal und Spanien gibt es Ampeln mit einem in der Grünphase animierten Ampelmännchen. Fußgängerampeln in Nordamerika haben Signale mit den Farben Orange, in Klammern Portland Orange und Weiß, in Klammern Moon White. Dabei erscheinen die Anzeigen entweder in Textform, in Klammern Don't Walk und Walk, oder als Piktogramme, in Klammern Hand oder Silhouette. Der Signalablauf einer Fußgängerampel ist dabei wie folgt. Erst die Hand, Überquerung verboten. Dann die Silhouette, Überqueren der Kreuzung möglich. Blinkende Hand, Überqueren beenden. In Klammern entspricht der Rotphase in Deutschland, bevor der Querverkehr grün hat, bzw. dem grünen Blinklicht in Österreich. In vielen Staaten Nordamerikas werden Anzeigen in Textform bei neueren Ampeln nicht mehr verwendet. Hier gibt es nur noch die Hand und die Silhouette. Ablauf und Technik Die Längen der einzelnen Phasen sind in einem Signalzeitenplan festgelegt oder sie werden verkehrsabhängig gesetzt. In den Zeitfenstern zwischen den Grünzeiten der unterschiedlichen Fahrbeziehungen müssen die kritischen Verkehrsflächen, in Klammern Konfliktflächen, geräumt werden. Diese Zeiten heißen Zwischenzeiten und werden nach den Räumwegen, Einfahrwegen und Geschwindigkeiten berechnet. Bei der verkehrsabhängigen Steuerung wird durch Einsatz von Verkehrsdetektoren, in Klammern Induktionsschleifen, Bewegungsmelder, Videokamera, die Grünzeit so lange verlängert, dass alle Fahrzeuge eines Pulks passieren können. Mit Rücksicht auf die zumutbare Wartezeit der anderen Verkehrsteilnehmer ist ein Maximalwert eingestellt. Es ergibt sich eine variable Umlaufzeit aus der Summe der Ampelphasen. Bei der Festzeitsteuerung sind die Grünzeiten und die Umlaufzeit über einen gewissen Zeitraum konstant und werden per Wochenautomatik durch Umschaltung in andere Programme gewechselt. Dadurch kann auf verschiedene Verkehrsbelastungen, in Klammern Berufs-, Tages- und Nachtverkehr etc. reagiert werden. Im Regelfall liegt die Umlaufzeit zwischen 45 und 120 Sekunden. Je höher die Umlaufzeit, desto höher in der Regel die Leistungsfähigkeit, aber desto höher die Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer. Diese Leistungsfähigkeitssteigerung findet ihre Grenzen, wenn zum Beispiel wartende Linksabbieger über ihre Linksabbiegerspur hinaus zurückstauen und Fahrspuren verstopfen. In großen Städten werden die Signalanlagen meistens zentral gesteuert und überwacht. Damit werden für Straßenzüge nach Tageszeit oder Verkehrsaufkommen jeweils die geeigneten Programme geschaltet, Störungen festgestellt und Daten der Verkehrsbelastung erhoben. Bei der verkehrsabhängigen Steuerung werden die einzelnen Verkehrsströme je nach Bedarf bedient. Die einfachste Form ist die Fußgängerampel mit Drucktaste, in Klammern Anforderung. Bei vollverkehrsabhängigen Anlagen wird die Länge der Phasen nach der Größe der jeweils gesteuerten Verkehrsströme berechnet. Bei grünen Wellen ist dieses nur bedingt möglich. Die verkehrsabhängige Steuerung kann aber auch verwendet werden, um bestimmten Verkehrsteilnehmern wie dem öffentlichen Personennahverkehr, in Klammern ÖPNV, Prioritäten zuzuteilen. Des Weiteren können auch Feuerwehren, die Polizeien oder das Militär Eingriffsmöglichkeiten auf die Steuerung haben. Die Feuerwehren und die Bundeswehr können lange und prompte Grünphasen für ausrückende Fahrzeuge von den Wachen aus anfordern. An einigen Anlagen befindet sich auch eine Handschaltung, an der der Signaldienst oder die Polizei auf den Programmablauf einwirken können. Dabei gibt es die Optionen Normalbetrieb, Hand ein, in Klammern Ist-Zustand wird beibehalten, Start, in Klammern Weiterschaltung um einen Schritt, LZA aus, LZA aus und Nehmen Richtung gelb, alle gelb und Not aus. Programmlogiken, in Klammern auch bei Handsteuerung, schützen den Verkehr vor der Freigabe für alle Fahrtrichtungen, in Klammern sogenanntes feindliches Grün. An den Kreuzungen werden mehrere Signalgeber, die zu einer Signalgruppe zusammengeschaltet werden, pro Richtung angebracht. Die Signale sind an Hauptfahrbahnen, an Peitschenmasten, an kurzen Masten an der Seite der Fahrtrichtung montiert, für übrige Straßenteile sind diese seitlich angebracht oder hängen hinab. Die Anbringung erfolgt weltweit überwiegend vor dem geschützten Bereich. In Nordamerika und Südafrika befinden sich die Signalgeber meist mittig über der Kreuzung. In Polen befinden sich teilweise die Peitschenmasten einige Meter hinter dem rechten Hauptsignal. Damit hier von Fahrzeugführern, die direkt an der Kreuzung stehen, auch der Signalgeber sichtbar ist, werden zum Teil auch in Augenhöhe kleinere Signalgeber montiert. Signalbegriffe werden mit einfarbigen Streuscheiben, bestimmte Fahrtrichtungen, in Klammern z.B. Linksabbieger, zusätzlich mit Masken in diversen Pfeilformen, Richtungssignal genannt, dargestellt. Für Fußgänger, Bus, Straßenbahn oder Sondersignale werden ebenfalls Masken in verschiedenen Formen verwendet. Um den Verkehr gezielter zu steuern, gibt es neben der üblichen Form der Lichtzeichenanlage noch weitere Arten. Grüner Pfeil innerhalb des Knotenpunktes. Hiermit wird angezeigt, dass alle konfliktrechtigen Verkehrsströme rot haben und der Knotenpunkt geräumt werden kann. Dieser wird für Links- und Rechtsabbieger als Abbiegehilfs-Signal bzw. Rechtsabbieger-Zusatzsignal eingesetzt. Wenn die Kreuzung auch von Straßenbahnen befahren wird, sind meistens noch zusätzliche Signalgeber mit weißen Leuchtfeldern vorhanden. Es bedeuten waagerechter Balken Halt, senkrechter Balken geradeaus frei, schräg nach rechts bzw. links steigender Balken, rechts bzw. linksabbiegen frei, weißer Punkt Anhalten, in Klammern entsprechend dem Gelbsignal für Kfz. Auf der Spitze stehendes weißes Dreieck gleich per Massiv-Signal, d.h. Fahrt bei Beachtung bevorrichtigter Fahrzeuge, erlaubt. Diese ÖPNV-Signale können auch für Busse auf besonderen Fahrstreifen gezeigt werden. Bei Kreuzungen direkt bei Bahnübergängen wird die Bahnübergangssicherung in eine Lichtzeichenanlage integriert. Die Sicherungstechnik wird dann sehr aufwendig. Sie bevorzugt bei schließendem Bahnübergang den abfließenden Verkehr. Eine solche Anlage wird in Deutschland als Büstra bezeichnet. In Klammern Richtlinien über Abhängigkeiten zwischen der technischen Sicherung von Bahnübergängen und der Verkehrsregelung an benachbarten Straßenkreuzungen und Einmündungen. Bei großen Knotenpunkten ist es durchaus üblich, innerhalb der Kreuzung den Verkehr noch durch weitere Lichtzeichen zu steuern. Zusätzlich zu den Lichtzeichen für den allgemeinen Fahrzeugverkehr sind meistens auch Zeichen für den Fußgängerverkehr und bei in die Kreuzung integrierten Radverkehrsführungen auch für den Radverkehr vorhanden. Diese bestehen nur aus einem roten und einem grünen Licht. In einigen Gebieten Deutschlands gibt es auch Anlagen, die für Fußgänger und Radfahrer aus zwei roten und einem grünen Licht bestehen. Der Grund hierfür ist, dass die Fußgänger und Radfahrer so besser auf die Wartephase aufmerksam gemacht werden. In den letzten Jahren wird jedoch aus Kostengründen immer häufiger auf das zweite rote Signal verzichtet. Die Signale für Fußgänger und Radfahrer können entweder rund wie in Deutschland oder rechteckig wie in Wien ausgeführt werden. Meistens ist in der Streuscheibe noch symbolisch eine stehende bzw. eine gehende Figur angezeigt. Für die Radfahrer wird lediglich das Sinnbild eines Fahrrads angezeigt. In Düsseldorf gibt es flächendeckend als Besonderheit auch für Fußgänger eine Gelbphase in Form eines waagerechten Balkens. Im Unterschied zum Gelbsignal des rollenden Verkehrs wird hiermit die Räumzeit signalisiert. In Aachen gab es diese Besonderheit bis 2006 an zwei Ampeln. Nach der Umstellung vieler Ampeln auf Leuchtdioden wurde sie nicht übernommen. In Düsseldorf dagegen werden auch neue Ampeln wieder mit dem zusätzlichen Signal ausgestattet. Die zusätzliche Sicherheit wird von der Stadt aktiv mit dem Titel Gelbzeit mit Plakaten und Broschüren beworben. Fußgängerkreuzungen mit Straßenbahnen werden oft durch zwei wechselseitig blinkende gelbe Lichter, in Klammern sogenannte Hilfsignale, gesichert, auf denen durch eine Maske eine Straßenbahn dargestellt wird. Durch Zusammenschalten mehrerer Anlagen hintereinander, die aufeinander abgestimmt sind, ist bei konstanter Umlaufzeit eine sogenannte grüne Welle möglich. Planerische konkurrierende Belange bei der Gestaltung eines Signalprogramms sind grüne Welle für den Kraftfahrzeugverkehr, grüne Welle für den Radverkehr, durchgängige Fußgängerüberquerungsmöglichkeit über Mittelinseln hinweg, Freigabezeitbedarf und oder Bevorrichtigung des öffentlichen Verkehrs, Blinden-LSA, Sicherheitsaspekte und Leistungsfähigkeit. In Deutschland spricht man von einer Pförtneranlage, Pförtnerampel oder Zuflussdosierung, wenn die Leistungsfähigkeit an einem bestimmten Signalquerschnitt absichtlich gemindert wird, siehe Zuflussregelungsanlage. Sie hält den nachfolgenden Streckenabschnitt frei von Staus und damit funktionsfähig. Weiterhin werden Emissionen stehender und beschleunigender Kraftfahrzeuge in dem Bereich vor der Lichtzeichenanlage verlagert. Sonderbauformen Lichtsignale auf Anforderung Bei einer Bedarfsampel in Klammern gelb-rot wird im Regelfall in der Grundstellung kein Lichtpunkt gezeigt. Es gelten die allgemeinen Vorfahrtsregeln bzw. die örtliche Beschilderung. Nur bei Bedarf werden Signale gezeigt. Dabei leuchtet zuerst für 5 Sekunden das gelbe Licht und danach das rote Licht. Manche Anlagen zeigen nach Ende der Rotphase noch die von Anlagen mit drei Laternen bekannte Rot-Gelb-Phase, andere erlöschen direkt nach der Rotphase. Solche Anlagen findet man häufig bei Bahnübergängen, Fußgängerüberwegen, aufgeweiteten Knotenpunkten sowie an Ausfahrten von Einsatzfahrzeugen wie z.B. an Feuerwachen. Verkehrsabhängige Anlagen werden bei Kreuzungen mit schwachem Querverkehr verwendet, wobei der Querverkehr erst bei Annäherung eines Fahrzeuges erfasst durch Verkehrsdetektoren in Klammern Induktionsschleifen oder PIR-Sensoren freie Fahrt bekommt, in Klammern Freigabeanforderung. Bei stark belasteten Knotenpunkten kann die Freigabezeit verkehrsabhängig ebenfalls durch Induktionsschleifen gesteuert werden. Bei Bedarfsanlagen für Fußgängerübergänge werden die Ampeln erst auf Knopfdruck eines Fußgängers für ihn auf grün geschaltet, in Klammern Bedarfsphase. Ein Sonderfall hiervon ist die Schlafampel, die sich erst bei Knopfdruck einschaltet und damit Energie spart. Diese Art der Ampel zeigt nach dem Einschalten in Klammern durch Knopfdruck eines Fußgängers zunächst grün für den KFZ-Verkehr, um dann auf rot für den KFZ-Verkehr und grün für Fußgänger und wieder zurückzuschalten. In der nächsten grünen Phase für Autofahrer schaltet sie sich dann wieder vollständig ab. Häufig wird bei solchen Schlafampeln auch das grüne Lichtzeichen eingespart. Es gibt also nur rotes und gelbes Licht. Betätigt ein Fußgänger den Anforderungstaster, wird für den KFZ-Verkehr sofort die Gelbphase, gefolgt von der Rotphase, eingeschaltet. Anschließend wird die Ampel vollständig abgeschaltet, wodurch direkt von der Rot- in eine, in Klammern nicht sichtbare, Grünphase übergeleitet wird. Zuflussregelungsanlagen regeln mit Hilfe von LZA den Zufluss von Kraftfahrzeugen auf Autobahnen. Mit Hilfe einer Vorrangschaltung können Busse, Bahnen und Einsatzfahrzeuge bereits vor Eintreffen am Knoten grün anfordern. In Klammern sie hier unten. Bauliche Besonderheiten Wenn die Installation eines senkrecht stehenden Signalgebers beispielsweise durch eine Höheneinschränkung in einem Tunnel nicht möglich ist, so können diese auch waagerecht angeordnet werden, und zwar in der Reihenfolge Rot-Gelb-Grün von links nach rechts. In Klammern gilt für den Rechtsverkehr. In Deutschland sind waagerechte Ampeln gemäß STVO nicht zugelassen. Der nicht beleuchtete Grünpfeil in Deutschland ist eine Ergänzung an Lichtzeichenanlagen, durch die die Wartezeit für Rechtsabbieger bei bestimmten Verkehrssituationen verkürzt wird. Dargestellt wird er durch einen nach rechts gerichteten Pfeil auf einer kleinen Blechtafel rechts neben dem roten Licht der Ampel. In Klammern Zeichen 720. Er erlaubt Fahrzeugen das Abbiegen nach rechts trotz rotem Lichtzeichen an einer Ampel, wenn sie zuvor an der Haltlinie angehalten haben und wenn eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs der freigegebenen Verkehrsrichtung, ausgeschlossen ist. Mancherorts wird den Radfahrern ein Ampelgriff zum Festhalten angeboten. Zusätzliche Informationen für Verkehrsteilnehmer Viele Fußgängerampeln sind zusätzlich mit akustischen Freigabesignalen ausgestattet, durch die Sehbehinderte am Geräusch erkennen können, ob sie gehen dürfen oder nicht und in welcher Richtung die Freigabe erfolgt. Das akustische Freigabesignal muss eine Frequenz von 880 Hz plus minus 50 Hz haben und soll mit einer Taktfrequenz von 2 Hz plus minus 10% betrieben werden. Das Ein-Ausschalt-Verhältnis beträgt 1 zu 1 plus minus 10%. Um den Signalmast auffinden zu können, werden oft Pilot-Töne an den Signalmasten abgegeben. Sie müssen sich von den Freigabetönen deutlich unterscheiden. Die RILSA schlagen ein Tickergeräusch im Dauerbetrieb vor, das im Umkreis von 5 m des Signalmastes zu hören sein soll. Eine weitere Möglichkeit sind taktile Signalgeber, in Klammern meistens gelbe Kästchen, an deren Oberseite eine Vibrationsplatte mit einem tastbaren Pfeil angebracht ist. Bei grün vibriert diese Platte. Lichtsignalanlagen mit Restzeitanzeige zeigen in einem zusätzlichen Feld die verbleibende Wartezeit bis zum grünen Signal. Solche Anlagen existieren sowohl für den Kraftfahrzeugverkehr als auch für Fußgänger und sind in manchen Ländern die Regel, in Deutschland bisher sehr selten. In vielen Ländern gibt es außerdem Lichtzeichenanlagen, die auch die Restdauer der Grünphase anzeigen. So zum Beispiel in Hamburg an der Binnenalster und am Bochumer Hauptbahnhof. Bei verkehrsabhängig gesteuerten Lichtzeichenanlagen ist die Anzeige der Restzeit weitgehend unmöglich. Die Freigabe hängt zum Beispiel vom Abriss eines Fahrzeugpülks ab, der in der Regel nur festgestellt werden kann, sobald dieser Zustand eingetreten ist. Sonderformen gibt es auch für Straßenbahnen oder Omnibusse, in Klammern siehe Straßenbahnsignale in Deutschland. Diese sind mit der Standardampel zusammengeschaltet, sind aber nur für diese Verkehrsmittel von Bedeutung. Diese Signale, in Klammern weiße Symbole auf schwarzem Grund, gelten in Deutschland für den Straßenverkehr bundesweit. In Klammern Anlage 4 der Straßenbahnenbau- und Betriebsordnung. Wobei die Signale für Straßenbahnen auch für Omnibusse fast überall übernommen wurden. In Klammern in manchen Orten gibt es für den Busverkehr auch andere Lichtsignale. Signale mit weißen Punkten, meist drei horizontal und zwei vertikal angeordnet, werden in der Schweiz Punktesignale genannt. Mit Hilfe einer Signalbevorrichtigung, in Klammern auch ÖPNV-Priorisierung genannt, können ausgewählte Verkehrsarten bevorzugt werden. Sie wird in der Regel eingesetzt, um die Wartezeiten für Busse, Straßenbahnen, Polizei oder Feuerwehr zu minimieren. Deren Annäherung wird mit Hilfe besonderer Detektoren erkannt, in Klammern zum Beispiel Infrarot-Barkensystem, Oberleitungskontakt. Die Lichtsignalanlage verändert daraufhin die Länge der Grünzeit oder auch die Phasenfolge zugunsten dieser Fahrzeuge. Vorteile sind zum einen eine spürbare Beschleunigung des ÖPNV und die Vermeidung von Unfällen mit Einsatzfahrzeugen. Zum anderen ist es für den übrigen Verkehr vorteilhaft, dass besondere Phasen für Busse und Straßenbahnen nur dann geschaltet werden müssen, wenn sich ein solches Fahrzeug der Kreuzung nähert. Der Erhalt einer grünen Welle ist allerdings mit der ÖPNV-Priorisierung kaum mehr möglich. Lichtsignalsteuerung Als Lichtsignalsteuerung wird die planmäßige Beeinflussung des Verkehrsablaufs durch Lichtsignale bezeichnet. Dafür kommt beispielsweise die sogenannte Einsatzpunktsteuerung zur Anwendung. Dabei handelt es sich um eine Lichtsignalsteuerung, bei der die Signalisierungszustände über festgelegte Einsatzpunkte geschaltet werden. Weiterhin kann die Festzeitsignalsteuerung verwendet werden. In diesem Fall kann der Verkehrsteilnehmer keinerlei Einfluss auf die Lichtsignalsteuerung nehmen, in Klammern beispielsweise durch eine Bedarfsphase. Grundsätzlich ist zwischen der Einzelsteuerung und der Gruppensteuerung zu unterscheiden. Bei der Einzelsteuerung erfolgt die Steuerung des Verkehrsablaufs mit einer Lichtsignalanlage ohne die Abstimmung mit anderen Lichtsignalanlagen. Bei der Gruppensteuerung dagegen wird zwischen verschiedenen Lichtsignalanlagen eine Abstimmung eingerichtet. Als Gruppenknotenpunkt wird ein Knotenpunkt einer Gruppe bezeichnet, bei der die Lichtsignalanlagen steuerungstechnisch miteinander verbunden sind. Besondere Steuerungsarten Eine Sonderform der Ampelschaltung stellt das sogenannte Diagonalqueren, in Klammern rundumgrün, für Fußgänger dar. Dabei zeigen an einer Kreuzung alle Fußgängersignale gleichzeitig grün, was ein beliebiges Überqueren der Kreuzung erlaubt. Abbiegeunfälle zwischen Fahrzeugen und Fußgängern werden damit vermieden, jedoch erhöht sich die durchschnittliche Wartezeit für alle Verkehrsteilnehmer. Diese in Japan sehr häufige Regelung ist in Europa eher unüblich. Eine weitere, beispielsweise in der Schweiz sehr verbreitete Sonderart, stellt die Schaltung alles rot, sofort grün dar. In der Ruhestellung zeigt die Ampelanlage an allen Signalgebern rot. Über entfernt liegende Detektoren, in Klammern zum Beispiel bei zulässiger Geschwindigkeit von 50 kmh in 65 Meter Entfernung zur Haltlinie oder an den Masten angebrachte Anforderungsgeräte für Fußgänger, kann die Grünphase angefordert werden. Die Umschaltung erfolgt hier in der Regel sofort, da nach längeren Rohzeiten keine Zwischenzeiten mehr abgewartet werden müssen. Sich annähernde Fahrzeuge können ohne zu verzögern den Knoten passieren, schnellere Fahrzeuge, in Klammern als 50 kmh, müssen ihre Geschwindigkeit reduzieren. Ausfallsicherung Fällt die Steuerung einer Lichtzeichenanlage aus oder tritt eine Störung auf, wird automatisch ein Signalnotprogramm bzw. ein Ersatzsignalprogramm gestartet und die Signale der Nebenrichtungen erhalten gelbes Blinklicht. Falls die Rotlichter eines Haupt-Kfz-Signals ausfallen, so ist eine Rotausfallsicherung eingebaut und die Anlage schaltet ebenfalls auf gelb blinkend. Eine autarke Signalsicherung bewirkt, dass nicht durch etwaige Schalt- oder Bauteilfehler zwei kreuzende Richtungen gleichzeitig grün, in Klammern feindliches Grün, haben. In diesem Fall wird ebenso auf gelb blinkend geschaltet. Bei Totalausfall, beispielsweise bei Stromausfall, gelten die sonstigen Verkehrsregeln entsprechend Kreuzungen ohne Lichtzeichenanlage. Kreuzungen, die nachts nicht sehr stark frequentiert sind, werden oft ab einer bestimmten Uhrzeit nur noch mit gelbem Blinklicht geregelt. Dabei wird in der Regel das Blinklicht nur in der Nebenrichtung, kenntlich an den Schildern Vorfahrt gewähren oder Stopp, gezeigt. In Klammern in Deutschland ist dies so vorgeschrieben. Auf der vorfahrtberechtigten Straße sind die Signalgeber dunkel. Das Risiko für schwere Unfälle steigt dann etwa um 25 Prozent. Der volkswirtschaftliche Schaden ist deutlich höher als die Stromkosten, die die Kommune einspart. Unter anderem die Unfallforschung der Versicherungen, in Klammern UDV, hält deshalb das Ampelabschalten aus Gründen der Verkehrssicherheit für unvertretbar. Der Landesbetrieb Straßen Nordrhein-Westfalen hat 2011 errechnet, dass das Abschalten einer Kreuzungsanlage etwa 330 Euro pro Jahr spart und das Abschalten der Fußgängerampeln etwa 155 Euro. Wenn Ampeln auf LED-Leuchten umgestellt sind, verliert der Stromspareffekt stark an Bedeutung. Verhalten im geschützten Bereich einer Ampelanlage Rotlicht Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlagen haben Vorrang vor anderen Verkehrszeichen und dürfen nicht passiert werden, außer es werden von einem Verkehrsposten anderslautende Weisungen erteilt. In Deutschland gibt es noch die Ausnahme mit der Tafel Grünpfeil, bei der man ebenfalls bei Rot abbiegen darf. Ein Fahrzeug muss im Normalfall vor den Haltlinien angehalten werden. Ein Rotlichtverstoß liegt vor, wenn sich der Fahrzeugführer in den sogenannten geschützten Bereich begibt. Bei Kameraüberwachten Kreuzungen wird immer eine Kontrollaufnahme angefertigt, da der Fahrzeugführer wieder zurückgefahren sein könnte. Bei Rot muss vor der ersten Haltelinie gehalten werden. An Grundstücksausfahrten oder an Taxistandplätzen kann es zwei Haltlinien geben. Die erste Haltlinie ist für den regulären Verkehr verbindlich, wohingegen die zweite, hinter der ersten und damit näher an der Ampel liegende Haltlinie, für den besonderen Verkehr verbindlich ist. Hält der reguläre Verkehr bei Rotlicht nicht an der ersten Haltlinie, liegt gemäß ständiger Rechtsprechung ein Rotlichtverstoß vor. Bringt man das Fahrzeug in einem zu großem Abstand vor der Haltlinie zum Stehen, kann es sein, dass man von in der Fahrbahn verlegten Induktionsschleifen nicht registriert wird. Bei verkehrsabhängigen LZA wird dadurch das Grün der eigenen Fahrtrichtung nicht angefordert, das heißt, es bleibt so lange rot, bis man zur Haltlinie vorrückt. Nähert sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn, dem nicht anders Platz gemacht werden kann, soll der Verkehrsteilnehmer gerade so weit über die Haltlinie hinausfahren, dass das Fahrzeug passieren kann. Natürlich unter Wahrung der nötigen Vorsicht und nur, wenn dies ohne konkrete Verkehrsgefährdung möglich ist. In Klammern Vergleich Vorfahrtregeln Gelblicht Zeigt die Ampel gelb, darf noch ausnahmsweise weiter gefahren werden, aber lediglich dann, wenn mittleres Bremsen das Fahrzeug nicht mehr vor der Haltlinie zum Stehen brächte. Wer bei gelb stark bremst, handelt in aller Regel korrekt. Ein auffahrendes Fahrzeug ist in diesen Fällen meist der hauptsächlich schuldige Unfallverursacher, in Klammern aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands. Diese Verantwortung des Nachfolgenden ist nur dann ausgeschlossen, wenn der Abbremsende bewusst einen Auffahrunfall provozieren wollte. Ohne Beweise, in Klammern Zeugen, wird ein derartiger Nachweis jedoch schwierig sein. In der Verwaltungsvorschrift zur deutschen STVO wird die Dauer der Gelblichtphase abhängig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Zufahrt folgendermaßen empfohlen. 3 Sekunden bei zulässiger Geschwindigkeit 50 kmh, 4 Sekunden bei zulässiger Geschwindigkeit 60 kmh und 5 Sekunden bei zulässiger Geschwindigkeit 70 kmh. In Klammern siehe § 37.17 Römisch 9 in der Verwaltungsvorschrift zur STVO. Die Gelblichtphase wird auch Entleerungsphase und Räumungszeit genannt, da es während dieser Zeit möglich sein sollte, den nachfolgenden Straßenabschnitt für den Verkehr zu räumen, der die Grünphase erhalten wird. Grünlicht Selbst bei Grün, wenn man meint, weder das Tempo verlangsamen noch anhalten zu müssen, gibt es Besonderheiten. Grün entbindet nicht von der Sorgfaltspflicht. Wenn die Ampel auf Grün wechselt und sich noch Nachzügler im Ampelbereich befinden, sind diese grundsätzlich bevorrechtigt, die Kreuzung zu räumen. An Kreuzungen mit hoher Verkehrsdichte gibt es zum Teil eine separate Schaltung für Abbieger in bestimmte Richtungen, in Klammern grüner Pfeil. Das heißt, nur dieser Abbiegeverkehr hat grün und muss keinen entgegenkommenden Verkehr beachten, da selbiger steht, in Klammern sogenannte Freiampel. Abbiegen darf der Verkehr üblicherweise nach links jedoch nur, wenn er Schienenfahrzeuge dadurch nicht behindert. Das heißt, wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Radfahrer auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dieses gilt auch gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf Fußgänger muss er besondere Rücksicht nehmen, wenn nötig, muss er warten. Gelbes Blinklicht Um Energie und Kosten zu sparen, sind in den 1980er Jahren Städte und Gemeinden dazu übergegangen, einige Ampeln zu Zeiten geringeren Verkehrsaufkommens nur noch mit Blinklicht zu betreiben, in Klammern sogenannte Nachtabschaltung. Wenn eine Ampel gelb blinkt, ist der Einfahrende in die Kreuzung zu erhöhter Vorsicht aufgerufen und muss gegebenenfalls anderen die Vorfahrt gewähren. Zusätzlich gelten die ausgewiesenen Verkehrszeichen. Steht an einer Einmündung ein Stoppschild, in Klammern Zeichen 206, so muss an der Sichtlinie gehalten werden. Steht hingegen ein Zeichen 205, in Klammern Vorfahrt gewähren, an einer Einmündung, so darf direkt in die Straße eingebogen oder die Straße überkreuzt werden. Bevor auf Gelb blinken geschaltet wird, werden oftmals alle Verkehrsachsen aus Sicherheitsgründen für kurze Zeit auf Rot geschaltet. In Deutschland blinken abgeschaltete Ampelanlagen nur in der Nebenrichtung. In Polen, Italien, Österreich und der Schweiz wird das gelbe Blinklicht für alle Richtungen angezeigt. In den USA und Kanada, wo üblicherweise keine zusätzlichen Verkehrszeichen zur Vorfahrtsregelung bei Ampelausfall wie in Europa vorhanden sind, wird in der Nebenrichtung rotes Blinklicht angezeigt, was die Bedeutung eines Stoppschildes besitzt und die Fahrzeuglenker zum Anhalten an der Sichtlinie verpflichtet. In der Hauptrichtung wird gelbes Blinklicht, in Klammern Achtung, verwendet. Gelbes Blinklicht wird während des normalen Betriebs von Ampelanlagen auch verwendet, um Abbieger vor gleichzeitig freigegebenem Gegenverkehr sowie vor Fußgängern und Radfahrern zu warnen. In seltenen Fällen wird einer ganzen Fahrtrichtung anstelle von grün ein gelbes Blinklicht gezeigt, in Klammern zum Beispiel Augsburg, Bahnhofsplatz oder Heidelberg-Bismarkplatz. In Frankreich und in der Schweiz sind bei Baustellen Ampeln anzutreffen, die anstelle des grünen Signals ein gelbes Blinkendes besitzen. Auch hier soll der Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht ermahnt werden. Diese gelben Blinklichter werden in separatem Gehäuse am Hauptsignal angebracht und mit einem Richtungspfeil versehen, wenn der Vortritt für Fußgänger nur für den abzweigenden Verkehr gilt. Fußgängersignal Wenn das Fußgängersignal von grün auf rot springt, sollen alle Fußgänger, die die Fahrbahn schon betreten haben, zügig die Vort überqueren bzw. bis zur nächsten sicheren Aufstellfläche weitergehen. Mit Rotbeginn fängt die Räumzeit der Fußgänger an, die sicherstellt, dass Fußgänger den gesamten gesicherten Bereich mit einer Geschwindigkeit zwischen 1,0 und 1,5 m pro Sekunde, in Klammern in der Regel 1,2 m pro Sekunde, bis zum nächsten sicheren Bereich queren können. Erst danach wird der die Fußgänger fortkreuzende Verkehr freigegeben. Für abbiegende Fahrzeuglenker bedeutet eine rot signalisierte Fußgänger fort also nicht, dass sich dort keine Fußgänger befinden dürfen. Wird ein gemeinsames Signal für Fußgänger und Radfahrer verwendet, hat dies insbesondere bei großen Kreuzungen unnötig lange Wartezeiten für Radfahrer zufolge, die die Kreuzung zu Beginn der Rotphase für Fußgänger aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit noch sicher passieren könnten. Aus diesem Grund wird oft eine zusätzliche Radampel angebracht, die manchmal später auf Rot schaltet. In den Vereinigten Staaten können sich Radfahrer auch gut an den kurz vor der Rotschaltung rot blinkenden Fußgängersignalen orientieren, die oft an einen abwärts zählenden Countdown gekoppelt sind. Blinkt das Fußgängersignal bereits, weiß der Radfahrer, dass er beschleunigen muss, um nicht warten zu müssen. Ist der Countdown bis 2 in Klammern kleine Kreuzung oder 5 in Klammern große Kreuzung fortgeschritten, weiß der Radfahrer, dass die Zeit zum sicheren Überqueren der Kreuzung nicht mehr ausreicht. Unmittelbar mit Dauer rot für den Fußgänger, in Klammern bei Countdown unmittelbar folgend auf 1, beginnt das Gelbsignal für den Autoverkehr. Die Signalfarbe Gelb wird in Deutschland für Fußgängerampeln in aller Regel nicht genutzt. Ausnahme hierbei ist die Stadt Düsseldorf, die über Rot-Gelb-Grün-Signale für Fußgänger verfügt. Ampelversagen Wenn eine Ampel ausgefallen ist, wird sie mutmaßlich im gesamten Kreuzungsbereich nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Eingebaute Schutzschaltungen sorgen daher dafür, dass nicht an zwei querenden Fahrbahnen gleichzeitig grün angezeigt wird. Außerdem muss auch gewährleistet werden, dass bei Ausfall des Rotlichtes eine querende Fahrbahn nicht trotzdem grün angezeigt bekommt. Üblicherweise schaltet eine Lichtzeichenanlage entweder auf Gelb blinkend oder schaltet ganz ab. Um den Verkehrsfluss trotzdem zu regeln, sind oft neben den LSA verkehrsregelnde Verkehrszeichen angebracht. Regeln Polizisten den Verkehr, gelten deren Zeichen und Weisungen und sind allen anderen Signalen und Verkehrszeichen vorrangig, in Klammern auch bei funktionierender LZA. Die Weisungen entbinden die Verkehrsteilnehmer jedoch keinesfalls von der eigenen Sorgfaltspflicht, in Klammern in Deutschland § 1 Absatz 2 StVO. Rechtliche Bedeutung in Deutschland Im deutschen Verkehrsrecht gelten zunächst die allgemeinen Verkehrsregeln, d.h. die § 2 bis 35 der StVO. Verkehrszeichen gelten diesen gegenüber nach § 36 der StVO vorrangig. Die LSA sind wiederum vorrangig gegenüber Verkehrszeichen nach § 37 Absatz 1 der StVO. Den LSA vorrangig sind Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten. Die Verhaltensregeln sind in § 37 der StVO festgelegt. Verkehrsordnungswidrig handelt derjenige, der die LSA missachtet. § 39 Absatz 3 Nr. 2 der StVO. Überfährt z.B. ein Kraftfahrzeugführer die Haltlinie, nachdem die LSA über eine Sekunde rot zeigte, drohen mindestens ein Monat Fahrverbot und mindestens 200 Euro Bußgeld. Für die Überwachung des Rotlichtes werden verschiedene Maßnahmen von den Polizei- und Ordnungsbehörden ergriffen. Der Träger der Straßenbaulast ist für die Aufstellung und den Unterhalt der LSA zuständig. Bau und Betrieb von Lichtzeichenanlagen sind in der Richtlinie für Lichtsignalanlagen in Klammern RILSA beschrieben. Geschichte Die erste Lichtsignalanlage der Welt wurde am 10. Dezember 1868 in London vor dem House of Parliament aufgestellt. Sie wurde mit Gaslicht betrieben und explodierte bereits nach kurzer Zeit. Erst nach der Erfindung des elektrischen Lichts wurden ab 1912 wieder Lichtsignalanlagen zur Verkehrsregelung aufgestellt. Die am 5. August 1914 aufgestellte Lichtsignalanlage in Cleveland, USA gilt als erste elektrische Verkehrsampel der Welt und hatte nur zwei Lichter, ein rotes und ein grünes. Die ersten dreifarbigen Lichtsignalanlagen wurden 1920 in Detroit und New York aufgestellt. In Europa wurden die ersten dreifarbigen Lichtsignalanlagen, allerdings mit mechanischer Steuerung, erst 1922 in Paris, in Klammern Rüde-Revoli und Boulevard de Sebastopol und als erste in Deutschland in Hamburg, in Klammern Stephansplatz, eingerichtet. In den 1920er Jahren setzten sich die Lichtsignalanlagen zuerst in den Großstädten durch. Die erste Ampel in Berlin stand 1924 auf dem Potsdamer Platz, 1925 in Mailand, in Klammern Piazza Duomo und Rom, in Klammern Via del Tritone und Via du Marcelli. 1926 in London, in Klammern Piccadilly Circus und in Wien, in Klammern Opernkreuzung. 1927 in München, in Klammern Bahnhofsplatz und Prag, in Klammern Ibernska, Dlatschdiena und Avitschkova. 1928 in Bremen, in Klammern Brill, in Essen, in Klammern Alfredstraße und Bismarckstraße und Nürnberg, in Klammern Königstor. 1929 in Barcelona, 1930 in Frankfurt am Main, in Klammern Kaiserstraße und Neue Mainzer Straße, in Leningrad, Moskau und Tokio, sowie 1931 in Hannover, in Klammern Kröpke. Kleinere Großstädte wie Braunschweig und Krefeld, in Klammern 1951, Basel, Helsinki, in Klammern 1952 und Luzern, in Klammern 1952, Gelsenkirchen, in Klammern 1953, Heilbronn, in Klammern 1954 und Bremerhaven, in Klammern 1957, erhielten ihre ersten Lichtsignalanlagen erst in den 1950er Jahren. Die Bezeichnung Heuerampel geht zurück auf den Erfinder Josef Heuer und das Unternehmen Heuer Hammer, ein Bearbeitungswerk in Iserlohn Grüne. Heuerampeln sind eine besondere Form von Lichtsignalanlagen, die von den 1930er bis in die 1960er Jahre in den Niederlanden und Österreich, in Klammern Wien, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland verwendet wurden, zum Beispiel in Köln, Bochum, Brühl, in Klammern Kölnstraße, Karlsruhe, in Klammern Kriegsstraße, Essen, in Klammern Kreuzung Dreiringen und Bochumer Straße, Freiburg im Breisgau, in Klammern am Bertholzbrunnen, Coburg, in Klammern Mohrenkreuzung, Detmold, Duisburg, in Klammern Duisburg-Neudorf, Kreuzung Koloniestraße Sternbuschweg, Duisburg-Marxloh, Kreuzung Weseler Straße und Kaiser Friedrichstraße und Kaiser Wilhelmstraße, Horstmar, in Klammern Kreis Steinfurt am Alten Rathaus, Reine am Alten Postamt, in Klammern Kreuzung Bahnhofstraße, Poststraße, Matthiasstraße, Stuttgart, in Klammern Kreuzung Rosenbergstraße, Seidenstraße, Gelsenkirchen, in Klammern Kreuzung Ringstraße, Wildenbruchstraße, Westerholterstraße, De La Chevalerie Straße und Winkelstraße, Horsterstraße, Lage, in Klammern Kreuzung Friedrichstraße, Lange Straße und Neheim-Hüsten, in Klammern Kreuzung Möhne Straße, Apothekerstraße. Sie sind etwa würfelförmige Gebilde, die mit Drahtseilen über einer Kreuzung hingen. Sie waren hauptsächlich für einfache Verhältnisse, beispielsweise wenn zwei Straßen im rechten Winkel kreuzten, geeignet. Die innenbeleuchteten Zeigerampeln hatten für jede Fahrtrichtung eine durchscheinende Scheibe mit gegenüberliegend roten und grünen Kreissegmenten. Die Ampelphasen wurden mit einem sich langsam im Uhrzeigersinn drehenden Zeiger dargestellt. Es hatte diejenige Farbe Gültigkeit, auf die der Zeiger jeweils wies. Da die Zeiger auf allen Seiten verkoppelt waren, in Klammern und somit dieselbe Drehgeschwindigkeit hatten, war es nahezu ausgeschlossen, dass Signalisierungsfehler auftraten. Bei manueller Steuerung war es möglich, die Drehung in Verkehrsspitzenzeiten anzuhalten, um für die Hauptverkehrsrichtung verlängerte Grünphasen zu erreichen. Eine gelbe Zwischenphase gab es nicht. Anhand der Zeigerstellung konnte man sehen, wie lange die jeweilige Phase noch andauerte. Indirekt gab es jedoch eine Gelbphase, da aus Sicherheitsgründen die roten Abschnitte größer waren als die grünen. Dadurch ergab sich eine kurzzeitige Überschneidung der Rotphasen. Die letzten Heuerampeln hingen in Deutschland bis 1972. Danach ließ die neue Straßenverkehrsordnung keine Zeigerampeln mehr zu. Der Nachbau einer Heuerampel ist in Bochum an historischer Stelle über der Kreuzung Bongard Boulevard und Cortumstraße zu sehen. In Detmold wurde ein Gerät restauriert, das nun an der Einfahrt der dortigen Hochschule aufgehängt ist. Eine sehr ähnliche Anlage existierte unter dem Namen Marschallite in Australien. Diese hatte sogar eine Gelbphase. Der Artikel Ampel wurde von Max Langkau mit dem Benutzernamen Mad Maxien am 21. Januar 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 anportet kann unter creativecommons.org Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org Der Artikel findet sich unter Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.